Servus, grüßt euch, hier ist der Franz. Ich habe ja gesagt, dass ich euch das erkläre, wie man einen Wegepunkt setzt. Und ja, als erstes öffnet man Cross B. Cross B öffnet man rechte Maustaste. Dann gehen wir hier auf Aufzeichnung beginnen. So, dann setzt man den Wegepunkt jetzt hier. Dann sollte man da langsam fahren, bei den Kurven. Sollte man da schon aufpassen, wie man das macht. Da ja, mit der Geschwindigkeit nicht zu spaßen ist in den Kurven. Dass man nachher dann irgendwo am Zaun oder auf einer Mauer oder irgendein Gegensatz dann oben liegt. Weil so hängen bleibt. Sollte man den jetzt so herfahren. Oh, kurz davor machen wir dann Stop. Dann hat man den Wegepunkt. Dann schaut mal Tempromera-Kurs, wie es hier steht. Sollte man den Wegepunkt. Ähm... Ich müsste jetzt der passen normalerweise. Man kann jetzt auch... Kombination Dreschen abtanken. Das habt ihr davor bei mir gesehen. Da habe ich das kombiniert. Dann kann man dünnen und sehen. Oder Überführungsrouten. Und noch diverse andere. Da muss ich selber auch noch genau schauen. Aber jetzt starten wir den mal. Jetzt fährt er so die Runde. Wie ich den Wegepunkt gesetzt habe. Nach der schekten Verkehr versackt er. Obwohl bin ich da vorbeigekommen. Da hat er ein bisschen anders da gefahren. Ein bisschen sensibel der. Aber egal. Jetzt fährt er eh schon weiter. Also man sieht, ich bin... ...nicht drin. Jetzt fährt dann auch mal eine Runde. Hier sieht man auf der Minikarte... ...dass da der Corsway fährt. Nicht ich. Jetzt fährt er ab. Und dann fährt er wieder weiter. Die Runde. Man kann auch so das dann machen. Dass der... ...einsch... ...nachher immer wieder die Runde fährt. Man kann jetzt ja so machen. Weil er automatisch nachher immer wieder die Runde fährt. Wenn euch die Erklärung gefallen hat. Dann... Fährt ein Kommentar dazu. Ich würde mich darüber freuen. Ich sage dann... Servus. Grüßt euch. Euer Franz.